Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich erfülle heute wieder einen Wunsch aus der Community. Ich mache eine Fundamentalanalyse von Vodafone. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar. Und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem bin ich aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Zu Beginn der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Vodafone eigentlich? Vodafone ist ein britisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer A1XA83. Das Unternehmen beschäftigt rund 98.000 Mitarbeiter und es berichtet in einem abweichenden Geschäftsjahr von April bis März. Das Geschäftsgebiet der Vodafone liegt in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Geschäftsmodell von Vodafone erstreckt sich auf Konnektivität und digitale Dienste. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die drei Segmente Europe Consumer, Vodafone Business und Afrika Consumer. Das Segment Europe Consumer besteht vor allen Dingen aus den beiden Bereichen Mobilfunk und Festnetzkonnektivität. Darunter versteht man die einzelnen Bereiche Telefonie, SMS, Datenzugriff sowie Breitband, Fernseh und Sprachdienste. Im Segment Vodafone Business bedient das Unternehmen vor allen Dingen private und öffentliche Kunden. Und neben den zuvor schon genannten Konnektivitätsdiensten umfasst dieses Segment auch Netzwerkdienste. In dem Segment Afrika Consumer sind diverse mobile Dienste zusammengefasst. Dazu gehören natürlich Telefonie, SMS und Datenzugriff sowie digitale Dienste, Internet der Dinge, Finanz-, Geschäfts- und Handelsdienstleistungen in Afrika. Vodafone hat Geschichte geschrieben und zwar bereits im Jahr 1999. Denn die Vodafone-Mannesmann-Übernahme mit einem Volumen von 172 Milliarden US-Dollar ist die teuerste Übernahme, die es bis heute jemals gegeben hat. Aktuell von Interesse ist zwar keine Übernahme, aber die National Roaming-Partnerschaft mit 1&1. Beim Blick auf den Wettbewerb sehen wir die Vodafone nach Marktkapitalisierung auf Rang Nummer 7 und nach den Umsätzen auf Rang Nummer 3. Gut 89,2% der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen. Und für uns Kleine stehen somit 10,8% der Aktien zum Handeln zur Verfügung. Und jetzt wird es Zeit für die Unternehmenszahlen. Und wichtiger Hinweis, bevor wir anfangen, die Vodafone ist zwar ein britisches Unternehmen, alle Zahlen hier sind aber in Euro. Und jetzt geht es los und am Anfang wie immer mit Revenue-Umsatz. Warum ist der Umsatz so wichtig? Na ganz klar, da kommt das Geld rein ins Unternehmen. Und jetzt noch ein kleines bisschen Schlaumeierwissen für euch zum Angeben. Weil diese Zahl so wichtig ist, steht sie in der Gewinn- und Verlustrechnung ganz oben. Und deswegen sagt man zu den Umsätzen oder Revenues auch Topline. Und wenn es darum geht, die Topline zu verbessern, dann sollte man an seinen Umsätzen arbeiten. Und hier schon bei der ersten Darstellung sehen wir, warum ich die grafische Analyse so mag. Denn wir sehen sofort, was Sache ist. Im Geschäftsjahr 2023 hatte die Vodafone 45,7 Milliarden Euro an Umsätzen. Und wir sehen auch, richtig aufwärts ging es in diesem Zeitraum nicht in den letzten Jahren wieder so ein kleines bisschen. Aber eigentlich ist das mehr als mau. Also richtiges Wachstum bei den Umsätzen haben wir nicht. Um jetzt eine Idee von der Geschäftsentwicklung zu bekommen, springen wir vom Gross Profit zur Gross Profit Margin. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir den Gross Profit durch den Umsatz teilen. Und dann erhalten wir die sogenannte operative Kernmarge. Also die Gross Profit Margin. Und die gibt uns eine Idee, wie es denn um den operativen Erfolg im Unternehmen steht. Und langfristig ist die gestiegen, auch wenn wir im Geschäftsjahr 2023 wieder eine kleine Delle hatten. Auf jeden Fall landen wir bei 32,5 Prozent, einem wirklich guten Wert. Alle großen Unternehmen kämpfen mit dem Overhead, also mit der Verwaltungskostenquote. Auf Englisch heißt das Ganze die SG&A Ratio. Und wir sehen in der Langfristbetrachtung, die Vodafone kämpft da, es geht immer mal ein bisschen auf und ab. Immer so um die 21 Prozent. Im Geschäftsjahr 2023 lagen wir bei 20,6 Prozent. Und ja, das geht schon schlanker. Was man da immer so hört, Digitalisierung, man braucht viel weniger Leute und alles wird viel billiger. So richtig sehen tut man das nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze auf die Gewinnsituation, auf Net Income auswirkt. Und auch hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, sich mal einen längeren Zeitraum anzuschauen. Denn an sich ist 2023 ja ein tolles Jahr mit 12,3 Milliarden Euro Gewinn. Gut in 2014 waren schon mal fast 72 Milliarden Euro. Aber dazwischendrin hat das ganz lange gar keinen Spaß gemacht. Und die Vodafone hat auch ziemlich oft ziemlich große Verluste geschrieben. Und wenn man jetzt liest, super Ergebnis und alles klasse, dann stelle ich mir bei der Grafik natürlich die Frage, wie nachhaltig wird das denn sein? Und den Erfolg messen wir ja immer relativ, da bekommen wir ein besseres Gefühl dafür. Teilen wir doch mal Gewinn durch Umsatz, damit landen wir bei Return on Sales oder auf Deutsch bei der Netto-Umsatzrendite. Und im Geschäftsjahr 2023 haben wir hier einen sehr guten Wert mit 27 Prozent. Aber wie nicht anders zu erwarten, wir haben generell ein Problem mit der Konstanz bei der Vodafone. Aus Anlegersicht interessiert uns natürlich auch die Eigenkapitalrendite Return on Equity. Und hier kann das Bild logischerweise nicht sonderlich anders sein. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir einen schönen Wert mit 19,1 Prozent. Aber wenn wir zurückblicken, Spaß macht das nicht. Als potenzielle Anleger interessieren wir uns natürlich für die Rendite des betriebsnotwendigen Kapitals, den sogenannten ROCKE. Hier landet die Vodafone aktuell bei 3,7 Prozent. Wie wir wissen, wichtiger als diese Zahl ist allerdings die Tendenz. Und ihr seht es selbst, was soll man zu der Tendenz sagen? Ja, langfristig geht es hier schon aufwärts, aber konstant ist wieder mal anders. So gut gefällt mir das natürlich auch nicht. Natürlich haben wir die Risiken im Blick, vor allen Dingen die finanziellen Risiken. Deswegen öffnen wir die Bilanz und schauen auf Eigenkapital und Fremdkapital. In der Bilanz finden wir ein Eigenkapital von 64,5 Milliarden Euro und ein Fremdkapital in Höhe von 91 Milliarden Euro. Aber bevor wir jetzt die Eigenkapitalquote bilden, kommt jetzt das Money-in-the-Box-Spezifikum. Wir schauen auf die beiden oft vernachlässigten Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill. Die Besonderheit ist allerdings, dass mich diese beiden Positionen überhaupt nicht interessieren. Warum? Denn früher durfte man beide wegen des Anlegerschutzes überhaupt nicht in Bilanz und Eigenkapital einstellen. Anlegerschutz finde ich cool, da geht es nämlich um unsere Interessen und deswegen rechne ich beide Positionen aus Bilanz und Eigenkapital einfach wieder raus. Dann landen wir nämlich beim Substanzwert, den wir hier links oben in der Grafik sehen. Und die Vodafone hat aktuell einen Substanzwert in Höhe von 17,3 Milliarden Euro. Und rechts daneben haben wir die Auswirkung auf die Quoten. Denn während die Vodafone mit einer Eigenkapitalquote von rund 41,5 Prozent hausieren geht, verbleiben beim Substanzwert nur 15,9 Prozent. Und wenn man das sieht, wird einem auch ganz schnell klar, warum sowohl die Unternehmen als auch die Analysten von dieser harten Art der Bilanzierung nichts wissen wollen. Denn während man mit einer Eigenkapitalquote von 41,5 Prozent schon ein bisschen angeben kann, ist eine Substanzwertquote von 15,9 Prozent eher blamabel. Und wenn wir schon bei den finanziellen Risiken sind, dann geht es jetzt weiter mit der Liquidität und dazu schauen wir uns die Current Ratio an. Wohl fühlen wir uns bei Werten von mindestens 1,5 oder größer. Bei 1 ist das Ganze auf Kante genäht und unter 1, ja, da wird es dann schon ein bisschen mulmig. Und auch wenn man wegen der Besonderheiten des Telekommunikationsmarktes hier vielleicht ein bisschen Augen zudrücken kann, unter 1 gefällt mir definitiv gar nicht. Das nächste Risiko besteht darin, dass man eventuell den Anschluss an den technischen Fortschritt verliert. Deswegen schauen wir mit der Reinvestment Rate auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und hier sehen wir gleich einen der Kernpunkte im Telekommunikationsbereich, denn eine Reinvestment Rate von größer 100 Prozent heißt, dass man die buchhalterische Alterung des Anlagenbestandes ausgleichen kann. Und hier haben wir deutliche Werte jenseits der 100 Prozent ganz klar, denn das Mobilfunkthema oder das Telekommunikationsthema generell ist extrem CapEx-intensiv. Also über zu geringe Investitionstätigkeit brauchen wir uns hier definitiv keine Sorgen zu machen. Die ersten Erwartungen wurden also getroffen, CapEx bis zum Anschlag. Telekommunikationsunternehmen sind dafür bekannt, dass sie sehr stark im Bereich des Free Cash Flows sind. Der Free Cash Flow ist wahrscheinlich die wichtigste Einzelkennzahl überhaupt, denn er ist ein Instrument der Innenfinanzierung und stellt dem Unternehmen somit Zahlungsmittel zur Verfügung. Damit reduziert er natürlich den externen Finanzierungsbedarf und aus dem Free Cash Flow wird die Dividende gezahlt, auch nicht so ganz unwichtig. Und dann hat er so eine Art Wahrheitsfunktion, denn er kann durch, sagen wir mal in Anführungszeichen, Bilanzkosmetik des Vorstands nur ganz schwer beeinflusst werden. Er zeigt uns also, was Sache ist im Unternehmen. In der Grafik sehen wir es, langfristig geht die Tendenz aufwärts, aber wir haben leicht rückläufige Tendenz auf 11,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023. So und die Worte rückläufig und stagnierend im Zusammenhang mit Free Cash Flow, das gefällt mir nicht so gut. Wer viel Fremdkapital hat, sollte in der Lage sein, die Zinsen zu bedienen. Deswegen schauen wir als nächstes auf die Zinstragfähigkeit, die Interest Coverage. Da liegen wir aktuell bei 2,5. Das ist okay, Sorgen machen muss man sich nicht, aber Partys feiern kann man da auch nicht. Das Ganze hier ist also auf Bastshow-Niveau. Und damit schauen wir uns mal die Preis-Wert-Relation des Unternehmens an. Und jetzt werden die Werte ziemlich klein, denn aktuell müssen wir an der Börse 0,8695 Euro bezahlen. Und in der Grafik sehen wir den 10-Jahres-Chart und in diesem Zeitraum hätten wir einen jährlichen Kursverlust von minus 15,2 Prozent erleiden müssen. Und was man an dem Aktienkurs auch sieht, das ist mehr oder weniger ein konstantes, langsames dahin sichern. Und zwar eigentlich über den gesamten Zeitraum. Und wenn wir jetzt auf den Ein-Jahres-Chart zoomen, dann wird es noch viel schlimmer, denn hier haben wir rund ein Drittel mit minus 34,3 Prozent verloren. Bei den Multiples beginnen wir als erstes mit dem Kurs-Free-Cash-Flow-Verhältnis KCV, hier links im Bild. Und aktuell liegen wir hier bei einem Multiple von 1,7. Das ist mit Abstand der günstigste Wert im gesamten Betrachtungszeitraum. Rechts daneben sehen wir den Enterprise-Value im Verhältnis zum EBDA und hier liegen wir aktuell bei einem Multiple von 8,7. Im 10-Jahres-Vergleich ist das der zweitgünstigste Wert und er liegt genau auf dem Branchenbenchmark. Wie gut der Job eines Unternehmens ist, sieht man zum Beispiel am Buchwert pro Aktie, dem BPS. Gute Unternehmen steigern den Buchwert Jahr für Jahr, die richtig guten haben Zuwächse von mehr als 10 Prozent pro Jahr. Und Vodafone, links in der Grafik sehen wir es, mehr oder weniger geht es abwärts mit jetzt in 2023 einen kleinen Upside auf 2,35 Euro je Anteilsschein. Und rechts sehen wir die Gewinne pro Anteilsscheine EPS, die liegen bei 0,43 Euro. Und von einer konstanten und positiven Entwicklung dieser beiden Kennzahlen kann man nun wirklich nicht sprechen. Warum interessiert man sich überhaupt für Telekom-Unternehmen? Ja, ganz klar wegen der Ausschüttungen. Links in der Grafik sehen wir die Entwicklung der Dividende pro Anteilsschein DPS, die liegt aktuell bei 9 Cent, wie in den Vorjahren auch. Damit bietet die Vodafone eine Dividendenrendite von 10,7 Prozent aktuell. Und die Frage stellt sich natürlich, wie geht es weiter mit der Dividende? Um da so eine kleine Prognose abzugeben, schaut man immer auf die Payout-Ratio, also wie groß ist der Anteil des Free-Cash-Flows, den wir für die Bedienung der Dividende verwenden müssen. Und Vodafone hat eine sehr gute Payout-Ratio in Höhe von 21 Prozent aktuell. Das ist ein Indiz hierfür, dass die Vodafone wahrscheinlich die Dividende auch in Zukunft bedienen kann. Und damit schauen wir uns mal die Bewertung des Unternehmens an. 45 Prozent der Analysten wollen die Vodafone kaufen, 45 Prozent wollen aber auch abwarten und 10 Prozent wollen das Unternehmen ganz schnell wieder loswerden. Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 0,848 Euro und 1,7930 Euro. Soweit waren die Kursziele selten auseinander. Bei der Cash-Conversion-Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free-Cash-Flows zu verwandeln, landet die Vodafone bei 1,0. Das ist gerade der Bereich, wo es beginnt, Spaß zu machen. Bei der Free-Cash-Flow-Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Umsätze in Free-Cash-Flows zu verwandeln, liegt die Vodafone bei 25,8. Das ist ein guter Wert, aber in der Grafik sehen wir es, dass der Wert seit Jahren rückläufig ist. Bevor wir jetzt den inneren Wert abschätzen, brauchen wir noch die sogenannte Margin of Safety, die Sicherheitsmarge. Ich schätze die Sicherheitsmarge nicht pauschal, sondern benutze die Ergebnisse der bisherigen Analyse. Die beiden großen Punkte, die mir nicht gefallen hatten, waren vor allen Dingen die Current Ratio und die Substanzwertquote. Insgesamt landen wir bei einer Sicherheitsmarge in Höhe von 18,75%. Das ist eher im oberen Mittelfeld. Für die Abschätzung des inneren Wertes benutze ich ein Discounted-Cash-Low-Verfahren, allerdings in einer besonderen Ausprägung. Ich benutze hierfür eine vierzügige Szenario-Rechnung und wen hier die Vorgehensweise interessiert, dafür habe ich ein eigenes Video gemacht. In dem Video könnt ihr dann auch einen Excel-Rechner nachbauen, um solche Analysen selbst durchzuführen. Wen das interessiert, das Video habe ich euch verlinkt. In der Grafik sehen wir das Ergebnis für die Vodafone, links den aktuellen Kurswert und rechts daneben die Abschätzung über die vier Szenarien. Und wir sehen, abhängig von den jeweiligen Annahmen haben wir extrem heterogene Ergebnisse. Drei der Szenarien zeigen innere Werte, die teilweise deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegen und im Worst Case haben wir einen brutalen Abschlag. Eine weitere Möglichkeit, sich dem inneren Wert zu nähern, ist über die Abschätzung der zukünftigen Dividendenzahlungen über das Dividend-Discount-Model DDM. Alle Modelle gehen ja immer von speziellen Annahmen aus. Das DDM unterstellt, das Unternehmen würde es bis zum St. Nimmerleins-Tag geben und wir würden es behalten, also nicht verkaufen und uns nur über die Dividenden refinanzieren. Und in dem Fall ist das Ergebnis genau spiegelverkehrt zum Discounted Cashflow-Verfahren. Denn im Best-Case-Szenario haben wir einen deutlichen Aufschlag und in allen drei anderen Szenarien teilweise einen deutlichen Abschlag des inneren Wertes gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Und jetzt wird es noch doller, denn jetzt machen wir die 3-5-10-Analyse. Dabei unterstellen wir, wir hätten die Aktie für drei, fünf oder zehn Jahre im Bestand gehabt und anschließend verkauft, in der Zwischenzeit aber die Dividende kassiert. Und in allen drei Szenarien hätten wir Verluste kassiert jährlich zwischen minus 2,8 und minus 11,1 Prozent je Nachhaltedauer. Ein sehr modernes Instrumentarium für die Unternehmensbewertung ist der Economic Value Added, kurz EVA. Dabei vergleicht man die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten. Und die Vodafone hätte einen negativen Economic Value Added in Höhe von minus 1,77 Prozent. Und mein Anlegerurteil bilde ich mir jetzt zum Schluss wie immer im Rahmen der SWOT-Analyse. Und diesmal gebe ich es zu, ist es mir bei den Stärken schon ziemlich schwer gefallen. Wir haben eine leichte Umsatzerholung. In 2023 haben wir einen Gewinn und eine vernünftige Marge. Und die Vodafone hat immer eine Dividende gezahlt und natürlich eine attraktive Dividendenrendite. Positiv könnte man auch noch sagen, wir haben einen Substanzwert, aber die Substanzwertquote ist ziemlich mau. In den Kombinationen mit der Current Ratio gefällt mir das gar nicht. Vielleicht ist das Hauptproblem aber, was sich durch die gesamte Analyse gezogen hat, dass die Vodafone von ihren Ergebnissen her ziemlich instabil ist. Bezogen auf die Zukunftschancen können wir sagen, die Vodafone ist ein Premium-Anbieter und sie hat den Hoffnungsmarkt Afrika. Der Ehrlichkeit halber muss man aber sagen, dass Afrika noch eine sehr kleine, aber wachsende Rolle spielt. Natürlich ist die Vodafone auch betroffen von den Standardrisiken, die alle Aktien treffen, nämlich Inflation, Rezession und Supply Chain. Und das Stichwort Wettbewerbsintensität, hier geht's richtig hart zur Sache. Und dann nenne ich mal das große Stichwort CapEx-Falle. Im Mobilfunkbereich muss man unglaublich viel investieren, um am Ball zu bleiben. Natürlich bildet man dadurch einen Burggraben aus, aber die Frage ist, was bringt das? Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte ich die Vodafone noch nie im Bestand. Allerdings hatte ich andere Telekom-Unternehmen und die Erfahrungen waren ähnlich, wie sich es hier in der Analyse gezeigt hat. Ich habe die Unternehmen damals gekauft wegen der Dividende und der Dividendenrendite und da habe ich mich auch immer gefreut. Aber unterm Strich habe ich mit jedem Invest draufgezahlt. Es gibt einfach ein paar Branchen, die müssen wahnsinnig viel in ihren CapEx investieren. Dazu gehören Immobilienunternehmen, Schrägstrich REITs, Eisenbahnunternehmen und Telekoms. Aber es gibt große Unterschiede zwischen diesen Branchen und das machen wir vielleicht am besten fest bei dem Vergleich zwischen Eisenbahnen und Telekoms. Eisenbahngesellschaften investieren in Schienen und das ist extrem teuer. Aber eine Schiene, die 50 Jahre liegt, kann man heute immer noch top benutzen. Telekom-Unternehmen haben früher in Telefonleitungen investiert und die konnte man top benutzen und zwar ewig lang. Und dann kam der Datenverkehr und der Mobilfunk. Seitdem haben wir Jahr für Jahr unglaublich steigende Datenvolumina, die transportiert werden müssen. Das bedeutet nicht nur, dass man jedes Jahr investieren muss, sondern es hat sich was geändert. Man hat nämlich alte Infrastruktur. Früher hatte man alte Infrastruktur, die lag lang rum, aber man konnte sie genauso benutzen. Heute ist alte Infrastruktur genau das. Alt. Wenn man sich so einen klassischen Lebenszyklus zum Beispiel von einer Industriemaschine oder so anschaut, dann ist die relativ schnell abgeschrieben und danach produziert sie unglaublich profitabel. In diesem Zustand kann die Telekom-Infrastruktur gar nicht mehr kommen, weil der technische Fortschritt so groß ist, dass die alte Infrastruktur einfach nicht mehr mithalten kann und ausgetauscht werden muss. In der Folge fressen die Investitionen in den CapEx die Ergebnisse und die Free Cash Flows auf. Und das sieht man auch. Klappern wir es kurz ab. Kann man Wachstum von der Vodafone erwarten? Ich denke, nein. Kann man Dividende erwarten? Ich denke, ja. Wird die Dividende größer sein als zukünftige Verluste mit der Aktie? Ich denke, die Analyse hat gezeigt in den letzten 10 Jahren. Nein. Warum sollte es in den nächsten 10 Jahren anders sein? Darum kann ich die Vodafone guten Gewissens nicht zum Kauf empfehlen. Wie steht ihr zur Vodafone? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Und an dieser Stelle meine Bitte an dich um Unterstützung meines Kanals. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonnierst du gleich den Kanal, dann versammst du nichts. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.